Yo, mein Lieben, zum Schauwauwde mit Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal, Leute. Und ihr fragt euch nur, was dieser Titel zu bedeuten hat. Und was geht es in diesem Video? Was steht an? Ich sag's euch. Minecraft Projekte. Und so, Leute, ich kann mich zwar mit meinem jetzigen Content eigentlich nicht beschweren, also Skywars Endergebung, der ganze Shit, der macht mir eigentlich so krass viel Spaß. Aber, Leute, in letzter Zeit ist mir etwas aufgefallen, ich bekomme immer mehr und mehr Bock auf so richtig oldschool Minecraft Projekte, so for real. Ähm, wir werden uns natürlich nicht alle die ganze Zeit töten, also ab und zu schon halten, aber halt nicht... Das war die Erde des Todes, Alter. Jo, da haben sie recht. Ja, ihr denkt euch bestimmt, boah, keine Ahnung, es ist langweilig, Leute. Ich habe wieder richtig Bock auf irgendwelche Minecraft Projekte, wie es die früher auf meinem Kanal gab. Ja, oder insgesamt, Leute, wer erinnert sich noch an die guten alten Zeiten, die richtig, richtig nice Minecraft Projekte von dem Diener, von sonstigen Leuten? Ich zähl mal ein paar auf. Minecraft Mega Projekt, Minecraft Leben, Minecraft Hero, Minecraft Craft Detect. Es sind einfach so viele nice, nice Projekte, wo, keine Ahnung, da ist einfach dieses Feeling da, wo man Leute kennenlernt, wo man richtig Bock hat. Deswegen, Leute, stimmt mal hier ab, wenn ihr Bock habt auf Minecraft Projekte von mir in Zukunft. Natürlich werden das keine 20 Minuten Folgen sein, sondern maximal so 10 Minuten immer, dass wir uns so einpendeln. Und dann gucken wir mal, weil ich hatte auf jeden Fall im Winter ein richtig, richtig nice Minecraft Projekt geplant. Also Winter Craft, Leute. Letztes Jahr gab es das schon bei mir und es kam eigentlich für damalige Verhältnisse richtig, richtig gut an. Und ich hätte einfach dieses Jahr richtig Bock auf ein Minecraft Projekt, da ich unter anderem bei einem Projekt von dem Verschlafen mitmache, Minecraft Last. Und es startet so im Januar, Februar, da habe ich auch richtig Bock drauf. Deswegen, Leute, stimmt ab, haben wir Bock auf Minecraft Projekte, weil ich habe richtig Lust auf den Shit, mal wieder richtig Lust, neue Leute und alles kennenzulernen, Leute. Das ist einfach klar, Leute, ist PvP und alles noch richtig geil und wird immer Teil dieses Kanals sein. Aber so alte Oldschool Let's Plays, da habe ich mir richtig, richtig Bock, 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 Bock drauf, Leute. Noch mal etwas andere Sache, Leute. Ich habe gerade eine gesplittete Facecam und das Game. Das heißt, im Prinzip kann ich einfach... Und das heißt, ich bin gerade durch den Bildschirm geflogen bei euch. Ganz krasse Sache, denn ich muss euch ganz ehrlich sagen, eine Story. Die Illuminaten haben mir ein neues Gaming-Equip gekauft und haben es mir so, okay, eigentlich nicht. Und deswegen sagt mir einfach mal, ob ihr das feiert, keine Ahnung, wie das so ist, oder ob ihr wieder den alten Steinrahmen wollt, ohne dieses ganze Blub, 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 Blub. Und dann wird ihr mal sagen, es hat mal wieder gewinnen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigst du mit deiner Bewertung. Hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, macht's gut und auf Wiedersehen.